Der Blick vom höchsten Punkt Brünzirms über die Hügel, Wälder und die Brünzirmerheide in Limburg ist atemberaubend schön. Dem steht die Aussicht von der Restaurantterrasse des Resort Brünzirmerheide auf den darunterliegenden natürlichen Schwimmteich in nichts nach. Diejenigen, die sich eine Auszeit im Resort Brünzirmerheide gönnen, genießen die niederländische Sprache und Kultur, während die Umgebung sie glauben lässt, sie befinden sich in einer anderen Welt. Das Hauptgebäude, das sich mit seinem hochwertigen Holzdesign perfekt in die waldreiche Umgebung einfügt, ist der Blickfang des Resorts Brünzirmerheide. Die umfangreiche Gastronomie bietet zu jeder Tageszeit qualitativ hochwertige Speisen und beschert ihren Gästen abends einen stimmungsvollen Übergang in die Nacht. Eine besondere Attraktion an schönen Tagen ist die Terrasse, die mit einem traumhaften Panoramablick über die Landschaft Südlimburgs begeistert. Das Resort Brünzirmerheide verfügt zusätzlich über eine Tierwiese, einen natürlichen Schwimmteich mit Strand sowie verschiedene Spielgeräte im Freien für die kleinen Gäste. Wohin sie auch immer ihre Augen schweifen lassen mögen, über die Weite der Brünzirmerheide oder über die Highlights des Resorts unmittelbar vor ihnen. Ein Aufenthalt hier ist etwas ganz Besonderes, denn vom Rand des Resorts gehen diese magischen Momente nicht nur fließend in die faszinierende ursprüngliche Natur über, sondern noch weit darüber hinaus. Falkenburg, Maastricht, Aachen – alle diese sehenswerten Städte befinden sich in unmittelbarer Nähe des Resorts Brünzirmerheide. Darüber hinaus empfehlen wir einen Besuch im Rocker Kletterzentrum oder im subtropischen Schwimmparadies Mosaqua in Gulpen. Wer Kultur und Geschichte in sich aufsaugen möchte, dem seien der Schlosspark Born, das Schloss Hunsbruck, die Schlossgärten von Arzen und die Weltgärten Mondo Werde in Landgraf ans Herz gelegt. Ein Spaziergang auf der einmaligen Brünzirmerheide oder ein Familienausflug mit der Südlimburgischen Dampfzuggesellschaft aus Simpelfeld runden ihren Urlaub ab. Das Resort Brünzirmerheide steht für einen Urlaub, in dem Sie das ultimative Naturerlebnis bequem genießen. Gleichzeitig sind die urbanen Attraktionen von Aachen, Maastricht und Falkenburg nicht mehr als 15 Minuten entfernt. Kombinieren Sie den Trubel der Stadt mit der ruhefördernden Stille der Natur.